Musik Zweck unterstützen, wegen dem wir uns alle hier an diesem Punkt getroffen haben. Eine Gesellschaft mit mehr Liebe und weniger Hass, mehr Mitmenschlichkeit und weniger sozialer Kälte, mehr Gemeinsamkeit und weniger Ausgrenzung. Um das zu erreichen, ist diese Veranstaltung ein großartiges Symbol und eine großartige Maßnahme. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.